Ja, was soll das darstellen? Das obere ist eindeutig ein Gesicht mit Augen, Mund und was weiß ich. Und da drunter ist das eine Kiste? Na gut, gehen wir mal hier ran. Vor der Wand steht die Statue einer Spinne mit menschlichem Kopf. Aus dem Rücken der Spinne ragen mehrere Hörner. Offensichtlich das Bildnis eines Dämons. Auf dem Sockel sind in einem Heptagramm die sieben Buchstaben S, N, A, T, C, A und M angeordnet. Oh, ist das ein... Wie heißen die Dinger? Onimotogramm, Onimotogramm? Irgendwie so in der Richtung. Da muss man die Buchstaben umdrehen, damit es einen Sinn ergibt. Und da da Akta mit drin ist, vielleicht... Aragnata? Und warum ist das jetzt schon wieder weg? Komm. Tat-nak-snak-mak-tak-kü... Das wird ein Dämonenname sein. Das heißt, er wird nicht irgendwie klingen wie irgendwas Sinnvolles. Wahrscheinlich einfach nur eine Anreihe von irgendwelchen Buchstaben. Katanzak Mag Tas Mag Oh, einfach rückwärts Magtans Magtans Okay, Magtans Ist auf der anderen Seite vielleicht noch einer? Oh oh Unter euch gibt der Boden nach Und in einer rasenden Fahrt stützt ihn Einen engen Tunnel entlang in die Tiefe Autsch Am Boden könnt ihr hunderte und aberhunderte Von durchscheinenden Eiern erkennen Von denen sich keine Spinnen In denen sich kleine Spinnen bewegen Wollt ihr das Gelege verbrennen Oder zuerst die Höhle untersuchen? Oh, mit Feuer habe ich schlechte Erinnerungen Eine gewisse Person Hat da ja was umgeschmissen Danach hat der ganze Dungeon gewandt Also untersuchen wir erstmal die Höhle Da es ja wirklich kleine Eier sind Wäre es nicht schlimm, wenn die schlüpfen Mit Babyspinnen kommen wir schon klar Also zuerst die Höhle weiteruntersuchen Oh, eine Schatztruhe Arax-Gift, Arax-Gift Jede Menge Arax-Gift Dafür müssen wir was wegschmeißen Was schmeißen wir mal weg? Äh, Wintermantel Ne, ist es noch kalt draußen Dann vielleicht der Rick Hast du irgendwas zum wegschmeißen? Die Lobpreisung Nein Dein Trinkhorn Das benutzt du doch eh nicht Du hast immer deinen Humpen in der Taverne Das passt schon Also Trinkhorn weg Ja Hast du noch irgendwas, was man aussortieren könnte? Den Menchalkaktus Kannst du ruhig einen wegwerfen Denn ich denke mal, dass das Arax-Gift mehr wert sein wird als so ein einfaches Kraut Das Bastardschwert solltest du eigentlich wegwerfen, so doof wie das ist Aber, hm Heiltrank, Zaubertrank, nein Okay, wie schaut's bei Gerogen aus? Eine Mitgliederliste, nein Im Blatt, Schreibzeug Schlafgift Nein, nein, ich hab mich verklickt Eisenschild Brecheisen Wintermanteldecke und mehr Ich schmeiß mal das Eisenschild weg Ich bin mit dem Schwert eigentlich recht zufrieden Also brauchen wir jetzt kein Schild mehr Murren Harfe, Flöte Gegengift Kristallkugel Ja, die Harfe gehört ihr und die Flöte gehört Jallen oder andersrum Die kommen auch nicht weg Davon trennen sie sich nicht Bleibt noch Jallen Die Allraune kann weg Daraus würden wir eh höchstens ein Gift herstellen Und die sammeln wir ja gerade ein Oh, sie hat ein paar mehr Allraunen Dann wirf mal drei weg Wie viele Allraunen hast du denn dabei? Hm, was hat Talana noch so? Eine Schaufel Aber die Schaufel haben wir bisher noch nie gebraucht Die kommt auch erstmal weg Donfstängel Die Sichel auf keinen Fall Gegengift Könnten wir bestimmt noch gebrauchen In einem Spinnendungeon Also nein Und wir müssen ja auch nicht alle mitnehmen Oh, und 200 Dukaten Sehr schön Gucken wir mal kurz wie unser Inventar aussieht Hm Ja, doch Sehr viel Gift Das haben wir hier In einem Blatt Hat das noch irgendjemand? Nein Aber die Allraunen kann dann weg Genau die Gegenstand wegwerfen Eine So, gehen wir erstmal Nicht zu den Eiern Ein schmaler Spalt in der Wand Scheint ins Freie zu führen Wollt ihr die Höhle verlassen? Nein Oh, aber sehr schön Dass wir hier von dem Untergeschoss aus Direkt raus können Ich hätte gedacht Wir müssten jetzt irgendwie wieder durchkämpfen Um nach oben zu kommen Das merken wir uns auf jeden Fall Oh Ganz viele Spinnen Und ein Priester Lauf du mal zu dem Priester Aber hoffentlich nicht davor Ich wollte eigentlich schräg davor gehen Aber na gut Du mal da hin Schießt auf die Höhlenspinne Sieben Trefferpunkte Und sie steht noch Die könnten was aushalten Das wäre gar nicht gut Aber dann fangen halt Tirek und Gerogondi ab Neun Trefferpunkte Und die steht noch Ah, ich habe ein Déjà-vu Mit den Käfern Das müsste jetzt echt nicht sein So, Tirek Stell sich mal da hin So Du hush da rein Abwarten Du gehst mal dahinter Dass die Elfen besser schießen können Wenn sie sich um die Spinne Da unten gekümmert haben Schritt zurück Anschießen Oh oh Die wurde jetzt schon zweimal getroffen Die da unten Nere Spinne Bei den beiden Elfen Ich glaube einmal für 8 Einmal für 6 Also die halten schon mal Doppelt so viel aus Wie der landläufige Org Den wir bisher getroffen haben Und jetzt gib mir bitte Talana Ich will ganz schnell Ein Stufe 5 Ignifaxius sprechen Bevor der Priester Irgendwas Garstiges macht Was zur Hölle war das Er ist weggelaufen Und hat von da ganz hinten Mit seinem Stab zugeschlagen Hm Erinnert ein wenig an Herr der Ringe Aber gut Äh Kampf Ignifaxius So 5 Komm schon 16 Trefferpunkte Und der steht noch Aber Talana ist glücklicherweise Gleich nochmal dran Also wiederholen wir das Ganze einfach Ach du gute Güte Der steht immer noch Ähm Ich glaube wir haben ein Problem Nurum schleicht doch mal langsam In Richtung von dem Priester Und schieß währenddessen Du gehst da hinter Damit du nächste Runde Auch den Priester hauen kannst So Du Kümmerst dich immer noch Um die Spinne Die schon zwei Pfeile In ihrem Torso stecken hat Und die Spinne Schreit wie ein Mann Hm Okay Du sollst Den angreifen Geogon trifft Höhen Spinde 13 Sehr schön Also ja Es ist machbar Aber die sind echt zäh Also allesamt Die Spinnen und der Priester Dann mach jetzt Noch mal Ein Ignifaxius Noch mal Stufe 5 Na Endlich Mann 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 So Und jetzt machen wir Computerkampf In der Hoffnung Dass Talana Zu der Spinne läuft Die bei Gwendelin ist Und sich nicht irgendwo Den Weg stellt Die Spinne hätten wir Auch erledigt Und ja Genauso habe ich mir das Vorgestellt Jetzt wird nur Jallen vor Mürum laufen Mürum dann um Jallen rumlaufen Und den Elfentanz aufführen Nee Macht sie nicht Aber so ist ja auch okay Oh Das gibt hoffentlich Schön viele Erfahrungspunkte Weil wir haben vorher noch nicht Gegen Höhlenspinnen gekämpft Soweit ich weiß Dann kriegen wir vielleicht Den Stufenaufstieg Den ich so gerne hätte Bevor wir wieder in die Herberge gehen Und mit etwas Glück Erhört sich dann auch Die Magieresistenz Von den Helden Durch die Stufe Und durch Irdweilige Mut- oder Körperkrasssteigerung Ich weiß nicht mehr Was genau die Formel war Also ich weiß Mut gehört auf jeden Fall mit rein Und die Stufe Aber was sonst Bin ich mir nicht sicher Also Körperkraft ist unwahrscheinlich Da ja Talana recht niedrige Körperkraft hat Und trotzdem mit den höchsten Wert Ah ja Aberglaube war noch wichtig Also niedriger der Aberglaube Desto besser Das könnten wir auch noch versuchen Bei dem einen oder anderen zu senken Obwohl wir ja allgemein Da schon recht gute Werte haben Ich glaube das Schlechteste ist Drei oder vier So Eine Spinne noch Und dann müssen wir gleich Den Elfen wieder Ihre Nahkampfwaffen wegnehmen So 144 Abenteuerpunkte Keine Stufensteigerung Wie viel fehlen denn da noch? Äh Ja okay Das dauert noch ein bisschen 156 fehlen noch Warum hat Talana Einen Erfahrungspunkt mehr? Ist ja auch kurios Ja Und Gwennel hat natürlich mehr als alle anderen Weil sie jedes Mal für Schlösserknacken Extra Erfahrungspunkte bekommt Was ziemlich unfair ist Aber na gut Wir wollten den Elfen wieder Pfeil und Pogen richtig in die Hand geben So Und der Magier hatte komischerweise gar nichts dabei Na gut Du trink mir bitte deine normalen Zaubertränke Nicht den Expo gekommen So 30 hat sie schon wieder Das reicht mir aber nicht Wir haben ja eben gerade gesehen Dass sie dreimal Ignifaxius sprechen musste Also fast ihren kompletten Astralhaushalt Um den einen Priestertum zu bringen Ja Ja das sollst du auch wegschmeißen So wegwerfen Und das war nur ein Priester Ich denke mal wenn wir später mit dem Hohe Priester zu tun haben Den es bei solchen Kulten ja meistens gibt Wird das dann noch schwieriger Oder wenn wir mal auf 2, 3 auf einmal treffen Aber so sieht das doch schon gut aus Äh Quenlin braucht ein neues Whistlecrouch So Und ich probiere mal das Arax Gift aus Gegenstand benutzen Das Florett ist nun vergiftet Schau mal wie es im nächsten Kampf funktioniert Also ja gegen die Spinnen wird es wahrscheinlich nicht wirken Aber vielleicht gegen die Priester Oh noch eine Truhe Haha Arax Gift Ja Okay Oh Und es ist dieselbe Truhe wie vorher So da geht es raus Da ist eine Tür die offen ist Gehen wir erstmal den Gang hier lang Spinnen Ja Okay Du Dahin Kannst du von hier aus schießen Ja sehr schön So Und du Gehst mal Dahin Und wartest einfach Bis die Fancamper sich einigermaßen positioniert haben Geh mal dahin Wohl nee Geh dahin Der kann nur um gleich schießen Und du Versuchst den da von hinten zu erwischen Und du gehst ganz schnell von dem Eingang weg Nicht dass da gleich irgendwelche Priester mit Horden von Spinnen auftauchen Die in den Rücken fallen Das wäre gar nicht gut So Du Gehst auch mal einen Schritt weg vom Eingang Und schießt auf den Höhlenspinne trifft Höhlenspinne Sowas sehe ich immer gerne Du Schießt auf den Und sobald wir gleich Talana und Tirik einigermaßen positioniert haben Können wir wieder den Computerkampf anmachen So Arax Gift gegen Spinnen Scheint zu funktionieren Sogar sehr gut zu funktionieren Ähm Ja Muss ich mir überlegen wie effektiv ich das einsetzen werde Also ja es ist eine begrenzte Ressource Und ja das kostet eigentlich sehr viele Dukaten Aber zum einen haben wir viele Dukaten Und zum anderen ist es irgendwie ein bisschen übertrieben stark So Mürrüm Schieß bitte nochmal Und ich würde gleich gerne mal gucken Ob das Arax Gift jetzt einmalig war Oder was für den ganzen Kampf ist Also Gvenlin Ander und Piksen Obwohl so übertrieben Sie hat genauso viel Schaden gemacht wie Tirik Mit einem guten Treffer Aber na gut Ein Bewegungspunkt fehlt Schade Alte Option Alte Option Komm schon Gvenlin Du bist nicht Gvenlin Geruan trifft Geruan Mit einem magischen Rondrakamm Na gut Aggressiv Nicht getroffen Ah ja Dann kann man schwer herausfinden Ob das Gift wirkt Wenn man nicht trifft Du Hau Und komm schon Triff 10 Trefferpunkte Hm Aber ich denke das Gift wird da schon aufgehört haben zu wirken Aber 10 Trefferpunkte für ein Floret ist ganz schön viel Fürs Gift aber zu wenig Hm Na gut Ein Kampf Mehr in der Tasche Da geht es weiter runter Wieder ein großer Raum Wahrscheinlich gleich wieder ein Kampf Ah Da speichere ich jetzt mal nicht Aber da mache ich so einen Cut Und wir sehen uns gleich wieder 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 Und wir sehen uns gleich wieder